Der Golfer muss sich durch den Ballkontakt schon strecken, aber es darf halt nicht zu früh passieren und dabei darf eben die Hüfte nicht nach vorne gehen, weil das dann dazu führt, dass sich die Körperwinkel auflösen, sondern entscheidend ist, dass der Golfer in eine Streckung kommt und gleichzeitig aber die Körperwinkel beibehält. Jetzt habe ich eine Streckung in meinem linken Bein, aber mein Oberkörper ist immer noch nach vorne gebeugt und meine Hüfte ist immer noch hinten. Und ein Golfer, der Early Extension als Problem hat, der macht eben den Fehler, dass er beim Runterschwingen jetzt aufsteht, die Körperwinkel auflöst, die Hüfte geht nach vorne und dadurch dann häufig auch das Gewicht vorne auf den Zehenspitzen hat. Und eigentlich wollen wir ja nach dem Treffmoment zusehen, dass das Gewicht hinten eher auf die Hacke bekommt, weil wir eben diese Körperwinkel aufrechterhalten wollen.